Ciao meine Damen und Herren, willkommen zum nächsten Video. Heute gibt es eine AK-47 The Empress im Livestream zu gewinnen. Das Ding ist 32 Euro ungefähr wert, liegt in Minimalware vor und man kann sie sich im Stream abholen. Dieses Giveaway wird so ablaufen, wie sonst eben auch. Das heißt, die, die sich damit schon auskennen, können theoretisch hier jetzt das Headset abnehmen und das Video einfach durchlaufen lassen. Dankeschön dafür. Alle anderen hören bitte noch ganz kurz zu. Also, wir haben bei uns im Stream ein Ticketsystem. Diese Tickets kann man sich komplett kostenlos kaufen mit Währungen, die man erhält, wenn man den Stream schaut. Das heißt, wenn du ganz neu bist und heute diese AK behalten oder mitnehmen möchtest, vielmehr, dann solltest du so früh wie möglich in den Stream kommen und zwar ab 18 Uhr starten wir. Also, wahrscheinlich läuft er schon, wenn du das gerade schaust und er wird dann, denke ich, so bis 23 Uhr gehen, vielleicht auch bis 0 Uhr, je nachdem. Ihr sammelt, während ihr den Stream offen habt, unsere Stream-Währung, die Bubble-Dollar, von ganz alleine. Wenn man den Stream einfach offen hat mit seinem Twitch-Account auf dem Handy, auf dem Tablet, auf dem PC, sonst wie, sammelt man. Wenn man dann auch noch ein bisschen was schreibt, also aktiv im Chat ist, kriegt man noch einen Bonus oben drauf. Falls jemand abonnieren möchte, was überhaupt kein, nicht nötig ist für das Giveaway, weil da müsst ihr auch was bezahlen. Das hat mit dem Giveaway nichts zu tun. Aber falls man das machen möchte, bekommt man die nochmal schneller. Aber man kann komplett ohne Abonnement einfach nur durchs Dasein diese Währung eben snacken. Und dieses Giveaway wird heute 250 Bubble-Dollar kosten. Das heißt, ihr kommt damit locker rum, wenn ihr heute, ich sag mal, den Großteil des Streams da seid. Die ganz neuen bekommen eh einen Bonus von 50, wenn sie das erste Mal reinkommen und followen. Da bekommt ihr einfach 50 Bubble-Dollar, zack, auf euer Konto oben drauf. Dann braucht ihr nur noch 200. Die habt ihr dann, grob gerechnet, nach 200 Minuten voll. Also einfach den Stream offen lassen und fertig ist der Lack. Wer noch reinschreibt, hat sie noch schneller voll und kann sogar noch mehr Bubble-Dollar ansammeln. Wichtig für unsere Giveaways, denn die laufen eben immer so. Das vergisst manch einer. Gerade die neuen denken sich, ich mache jetzt hier mit. Und alles, was danach kommt, ist egal. Dabei gibt es bei uns ständig solche Giveaways. Ich sage das jetzt nur im speziellen Anwaltestteil hier von Saikusa ist. Vielen Dank, Saikusa. Bist ein alter Bruiser. Und die ganze Sache praktisch in Kombination mit meiner letzten Partnerschaft drüber kam, mit Zero-Skins. Also einer meiner Zuschauer hat auf der Seite, die ich beworben habe, gespielt, hat ultra fett abgeräumt und hat unter anderem diese Empress gesnackt. War einer der kleineren Gewinne. Er hat Knives rausgezogen, war für sich alles. Und den hat er uns dann wieder zurückgeschenkt für ein Giveaway. Das Ding gibt es, wie gesagt, heute im Livestream. Stream startet um 18 Uhr. Giveaway kosten 250 Bubble-Dollar. Wer mehr hat, also zum Beispiel 500 Bubble-Dollar hat, weil er schon länger im Stream ist oder heute halt von Anfang an mit dabei ist bis zum Ende und vielleicht sogar ein Abo geschenkt bekommt oder sonst was weiß ich wie, der kann dann sogar zwei Tickets für dieses Giveaway holen. Oder drei, wenn man noch mehr hat. Also je mehr Bubble-Dollar man hat, desto mehr Tickets kann man sich kaufen bis zu einem Maximal-Cap von 20. Also 20 ist max. Mehr als 20 Tickets kann man sich bei uns nie holen für die Giveaways. Ja, das war es eigentlich. Ich wollte das nur so in Facecam aufnehmen, aber ich habe heute Nacht die Aufnahmefunktion mit der Grafikkarte getestet. Dieses, ihr wisst schon GeForce. Und habe dabei, mehr oder weniger, gut nicht zufällig, ich habe es natürlich schon versucht, diese blöden Dinger da gemacht im Deathmatch. Und diese Kill-Serien, Killstreaks, habe ich hingenudelt. Da war ich halt voll stolz drauf, dass das geklappt hat. Warst, ist nichts Besonderes, ich weiß, aber ja, das hat... Deswegen ist es im Hintergrund und ich habe ein bisschen mehr gelabert als geplant. Also heute AK-47, die Empress im Giveaway, im Livestream. Link in der Beschreibung. Shazam! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe. Bis zum nächsten Mal.